Fünf bedeutsame Ereignisse nach Jesu Tod. Erstens, das Glaubensbekenntnis des Hauptmannse. Als Jesus starb, war das nicht nur ein Ende, sondern der Beginn von etwas Transformativem für die Menschheit. Eine der auffallendsten Reaktionen auf den Tod Jesu kam von einem römischen Hauptmann, der, als er diese Ereignisse sah, aufrichtig erklärte, wahrlich dieser Mann war der Sohn Gottes. Matthäus 27,50. Wer war dieser Hauptmann? In römischer Zeit war ein Zenturio ein militärischer Offizier, ähnlich einem Hauptmann, der für etwa 100 Soldaten verantwortlich war. Stellen Sie sich einen erfahrenen und hartgesottenen Soldaten vor. Jemanden, der schon alles in Bezug auf Leben und Tod gesehen hat. Dieser Zenturio war bei der Kreuzigung Jesu anwesend, einer brutalen Form der römischen Hinrichtung, die Sklaven, Kriminellen und Rebellen vorbehalten war. Entworfen, um langsam, schmerzhaft und öffentlich zu sein, war es eine ernste Warnung an jeden, der es wagte, die römische Autorität infrage zu stellen. Die Bibel, besonders im Markus-Evangelium, Kapitel 15, gibt uns ein lebendiges Bild von diesem Tag. Jesus wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Er wurde an ein Kreuz genagelt, eine damals übliche Methode, um Verbrecher hinzurichten. Der Ort war Golgatha, was Ort des Schädels bedeutet, Markus 15, 22. Stellen Sie sich die düstere Szene vor. Drei Kreuze gegen den Himmel, Soldaten und eine Menge Zuschauer. Jesus war in der Mitte, mit zwei Verbrechern auf jeder Seite. Während Jesus dort hing, verdunkelte sich der Himmel für drei Stunden. Ein unheimliches und beunruhigendes Phänomen. Markus 15, 33. Hier kommt der Zenturio ins Spiel, der vermutlich dafür sorgt, dass die Ausführung wie geplant verläuft. Wahrscheinlich hatte er schon viele Kreuzigungen beaufsichtigt. Es war Teil seines Jobs. Aber dieses Mal war es anders. Als Jesus schließlich starb, rief er, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was so viel bedeutet wie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, 34. Es war nicht nur ein Schmerzensschrei, sondern ein tiefer Ausdruck des Gefühls, in der dunkelsten Stunde verlassen worden zu sein. Als der Hauptmann dies alles beobachtete, wurde er Zeuge von etwas Bemerkenswertem. In Markus 15, 39, 60 lesen wir, Der Hauptmann, der vor Jesus stand und sah, dass er auf diese Weise gestorben war, sprach, Wahrlich, dieser Mann war der Sohn Gottes. Man kann sich vorstellen, was in seinem Kopf vorging. Ein römischer Soldat, der an den Tod gewöhnt war, sah etwas, das alles in Frage stellte, was er bisher geglaubt hatte, als ob der Hauptmann in diesem Augenblick über das Gewöhnliche hinausblickte und im Tod Jesu etwas göttlich Außergewöhnliches erkannte. Dies ist aus mehreren Gründen von Bedeutung. Erstens ist es ein kraftvolles Zeugnis aus einer unerwarteten Quelle. Der Hauptmann war kein Jünger Jesu. Er war Teil der Maschinerie, die es ausführte. Trotzdem konnte er nicht anders, als die Wahrheit vor seinen Augen zu erkennen. Zweitens, dieser Moment spiegelt einen Wendepunkt wider, einen Riss in der römischen Wahrnehmung von Macht und Autorität. Die Aussage des Hauptmanns ist wie ein Licht, das durch die Dunkelheit jenes Tages scheint, eine Anerkennung der wahren Identität Jesu, trotz der offensichtlichen Niederlage der Kreuzigung. Schließlich ist es eine Geschichte der Erkenntnis und Offenbarung. Der Hauptmann wird mit seiner einfachen, aber tiefgründigen Aussage zum Symbol für die universelle Wirkung des Lebens und Sterbens Jesu. Es repräsentiert die Idee, dass jeder, unabhängig von seiner Herkunft oder seinem Glauben, die Wahrheit darüber erkennen kann, wer Jesus ist. Diese Aussage eines römischen Soldaten, wahrscheinlich eines Heiden, ist bezeichnend. Es symbolisiert die universelle Wirkung des Todes Jesu, die über die jüdische Gemeinschaft hinaus in die ganze Welt reicht. Es erinnert uns daran, dass die Botschaft und die Erlösung Jesu für alle gelten, unabhängig von Vergangenheit und Glauben. Es ist tröstlich zu wissen, dass das Opfer Jesu alles einschließt, die Dunkelheit, die die Welt eingehüllt hat. Stellen Sie sich die Szene vor. Jesus, der Sohn Gottes, war gerade gekreuzigt worden, ein grausamer und schmerzhafter Tod, der Verbrechern vorbehalten war. Seine Jünger und Verwandten sahen aus der Ferne zu, deren Herzen von Trauer und Verwirrung schwer waren. Der Himmel verfinsterte sich wie in Trauer mit ihnen. Es war ein Moment tiefer Trauer, aber auch der Wendepunkt in einer Geschichte, die die Welt für immer verändern sollte. Diese Dunkelheit, die während der Kreuzigung Jesu hereinbrach, ist wirklich faszinierend, nicht wahr? In der Bibel hat Dunkelheit oft eine tiefere Bedeutung als nur die Abwesenheit von Licht. Wenn es um den Tod Jesu geht, kann diese Finsternis als Symbol für mehrere bedeutsame Dinge angesehen werden. Erstens, in der Bibel wird Finsternis oft mit Gottes Gericht und Missfallen in Verbindung gebracht. Denken Sie daran, dass im Alten Testament die Finsternis eine der Plagen war, die nach Ägypten geschickt wurden. 2. Mose 10, 21, 23 Es ist wie ein Zeichen dafür, dass etwas Ernstes und Einzigartiges passiert. Etwas, das kein gewöhnliches Ereignis ist. Als also die Dunkelheit hereinbrach, als Jesus gekreuzigt wurde, geschah dies als Zeichen dafür, dass dieser Augenblick ein bedeutender Akt des Gerichts war. Es war um die sechste Stunde und es war Finsternis über der ganzen Erde bis zur neunten Stunde und die Sonne wurde verfinstert, Lukas 23, Verse 40, 24 und 45. Eine andere Möglichkeit, dies zu interpretieren, ist die Bedeutung des Opfers Jesu. Es war nicht irgendein Moment, es war die Gelegenheit, bei der der Sohn Gottes die Sünde der Welt auf sich nahm. Die Dunkelheit kann als Widerspiegelung des Gewichts der Sünde und der Traurigkeit dieses Augenblicks gesehen. Darüber hinaus repräsentiert diese Finsternis die Trauer und das Leid der Schöpfung selbst. Es ist, als ob die natürliche Welt auf die Ungerechtigkeit und Trauer des Todes Jesu reagiert. Der Schöpfer wurde gekreuzigt und die Schöpfung selbst reagierte. Die Finsternis bei der Kreuzigung Jesu handelte vom Gericht der Schwere der Sünde und der Trauer um die Schöpfung. Es war nicht nur ein dramatischer Hintergrund, es war eine einzigartige Botschaft über das, was zu dieser Zeit geschah. Das Alte Testament, das mit der Bestrafung des Pharao durch Gott verbunden ist, ist voller Geschichten und Vorhersagen, die den Ereignissen des Neuen Testaments ähneln. Diese Verbindung macht die Geschichten interessant. Ein gutes Beispiel ist die Verwendung der Finsternis als Zeichen, die sowohl im Alten Testament als auch während der Kreuzigung Jesu im Neuen Testament auftaucht. Im Alten Testament wird eine ähnliche Finsternis in einer der dramatischsten Passagen erwähnt, den Plagen Ägyptens, insbesondere der neunten Plage, wie sie in Exodus 10, Verse 21, 29 berichtet wird. Hier befiehlt Gott Mose, seine Hand zum Himmel auszustrecken, was drei Tage lang eine so dichte Finsternis über Ägypten verursacht, dass es greifbar schien. Die Finsternis diente als göttliches Gericht über Pharao und Ägypten, als Beweis für Gottes Macht und als Zeichen der Befreiung für die Israeliten. Zur Zeit der Kreuzigung Jesu im Neuen Testament, von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde lag Finsternis über der ganzen Erde, Matthäus 27, Räum 45. Das war keine gewöhnliche Finsternis, es war als würde sich die ganze Welt am helllichten Tag verdunkeln, dieses ungewöhnliche Ereignis ereignete sich, als Christus starb. Stellen Sie sich das so vor, bevor gute Dinge geschahen, gab es Dunkelheit. Wie in Ägypten, bevor die Israeliten aus der Sklaverei befreit wurden und bevor Jesus sich selbst opferte, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen, herrschte Finsternis auf Golgatha. Interessanterweise kann Dunkelheit, die oft schlecht aussieht, tatsächlich bedeuten, dass etwas Hoffnungsvolles und Gutes passieren wird. Berücksichtigen Sie auch die Zeit. Die Geschichte von Ägypten, das drei Tage lang in Finsternis gehüllt war, ähnelt der Geschichte von Jesus im Grab, der drei Tage lang lag. Es ist wie das erste Zeichen einer Verheißung der Erlösung und der Hoffnung und veranschaulicht die Kontinuität und Erfüllung der Prophezeiung durch die Jahrhunderte. Diese Geschichte war ein Zeichen für eine größere Erzählung, die sich später mit Jesus ereignen sollte. In beiden Erzählungen ist die Dunkelheit nicht das Ende. In Ägypten verschwand sie, was zum Exodus führte. Auf Golgatha wich sie der Auferstehung. Es ist fast so, als würde die Bibel uns sagen, dass in unseren dunkelsten Momenten die Hoffnung genau da ist. Was können wir also daraus lernen? Vielleicht ist dies eine Erinnerung daran, dass Gottes Pläne oft im Schatten verborgen sind und nur darauf warten, ans Licht zu kommen. Oder vielleicht ist es die Garantie, dass selbst in den dunkelsten Zeiten es gibt einen Zweck und ein Versprechen von Befreiung und neuem Leben. Was denkst du? Können die schwierigen Zeiten, die sie im Leben durchgemacht haben, zu großen positiven Veränderungen führen? Verbindung zu Ostern Die Dunkelheit bei der Kreuzigung Jesu ist eng mit dem Osterfest verbunden. Warum diese Verbindung mit Ostern? Um das zu verstehen, müssen wir in die Geschichte der Israeliten zurückgehen. Ostern ist ein sehr wichtiger Feiertag in der jüdischen Religion, Feier der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Das zentrale Ereignis von Ostern ist das Passalam, ein Opfer, das als Zeichen der Verheißung Gottes dargebracht wird, die Israeliten vor der 10. Plage zu bewahren, die Ägypten heimsuchte. Der Tod des Erstgeborenen. Hier ist der Zusammenhang klar. Die Kreuzigung Jesu, die zu Ostern stattfand, ist kein Zufall. In der Bibel wird Jesus oft als das Lamm Gottes bezeichnet. Johannes der Täufer stellte Jesus mit den Worten vor, siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Johannes 1, 29. Der Tod Jesu ähnelte Art und Weise, wie das Passalam in der Vergangenheit geopfert wurde. So wie das Blut des Passalames die Israeliten verschonte, wird das Vergießen des Blutes Christi als Befreiung der Menschheit von der Sünde angesehen. Aber warum gibt es Dunkelheit? In der Bibel steht die Finsternis oft für Unzufriedenheit mit Gott und das Gericht über die Sünde. Die Dunkelheit symbolisiert Trauer und Verzweiflung in einer Welt ohne Jesus. Das bedeutet, dass Jesus wieder Licht und Hoffnung in die Welt bringt. Jesus wandte sich an die Menge und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Johannes 8, 12. Der Tod Jesu stürzt die Welt daher vorübergehend in Finsternis, sowohl im wörtlichen als auch im geistlichen Sinne. Aber die Geschichte endet nicht in Vergessenheit. So wie Ostern zur Befreiung der Israeliten führte, bringt die Auferstehung Jesu Hoffnung und Licht zurück in die Welt. Es ist eine wunderschöne Erzählung von Erlösung und Erneuerung. Ist es nicht interessant, wie Ostern und Kreuzigung, obwohl sie hunderte von Jahren auseinander liegen, so eng miteinander verbunden sind? Das Blut des Passahlammes brachte den Israeliten körperliche Befreiung, während das Opfer Jesu der ganzen Menschheit geistliche Befreiung bringen soll. Die Finsternis bei der Kreuzigung symbolisiert den Ernst dieses Augenblicks, eine Welt, die in Sünde verloren ist. Aber sie bereitet auch die Bühne für die triumphale Wiederkehr des Lichts, die Auferstehung Jesu. Daher ist die Dunkelheit bei der Kreuzigung ein einzigartiges Zeichen, das auf Ostern zurückgeht. Es signalisiert das Gericht, die Schwere des Opfers Jesu und die vorübergehende Abwesenheit des Lichts der Welt. Aber so wie die Ostergeschichte nicht mit den Plagen endete, endet auch unser Glaube an Jesus nicht mit der Kreuzigung. Die Auferstehung brachte Licht und Hoffnung ebenso wie die Befreiung der Israeliten in Ägypten. Nachdem Jesus verraten, gerichtet und verurteilt worden war, wurde er gekreuzigt. Von Mittag bis drei Uhr nachmittags lag Finsternis über der ganzen Erde, wie in Markus 15,33 und Lukas 23,4,45 berichtet wird. Dies war kein gewöhnliches Ereignis. Es war Mittag, eine Zeit, in der die Sonne im Zenit steht. Warum also die plötzliche Dunkelheit? Auch das Timing ist entscheidend. Nach 2. Korinther 5,21 erklärt dies, dass Gott den, der nicht gesündigt hat, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Es ist wirklich ergreifend, wenn Jesus die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Alles wurde dunkel, als er gekreuzigt wurde. Es war, als ob das Licht für einen Augenblick erlischte und die Welt in Dunkelheit versank. Bringt dich das nicht dazu, über die spirituellen Implikationen nachzudenken? War es eine physische Manifestation der geistlichen Finsternis, die die Sünde mit sich bringt? Darüber hinaus erfüllte sich mit diesem Ereignis die Prophezeiung des Alten Testaments. An jenem Tag, so spricht der Herr, ich werde die Sonne am Mittag verschwinden lassen und die Erde am helllichten Tag verdunkeln, amos orte kumannavime. Diese Finsternis könnte die Erfüllung dieser Prophezeiung sein, die darauf hindeutet, dass die Kreuzigung Jesu Teil von Gottes göttlichem Heilsplan war. Die Dunkelheit ist bezeichnend für das, was folgte. Es dauerte drei Stunden, dann schrie Jesus auf und übergab seinen Geist. Die Finsternis war vorübergehend, ebenso wie die Trennung zwischen Gott und den Menschen, die Jesus zu überwinden kam. Seine Auferstehung, die kurz darauf stattfand, brachte das Licht in die Welt zurück, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Ist es nicht erstaunlich zu denken, dass die schlimmsten Momente der Geschichte nur der Anfang der Besten waren? Der dunkle Himmel, als Jesus gekreuzigt wurde, ist voller Bedeutungen darüber, wie Gott über Irrtümer denkt, wie die Welt ohne Jesus wäre und wie Gott und die Menschen für kurze Zeit getrennt waren. Die Auswirkungen des Todes Jesu auf die Natur sind ziemlich mysteriös. Es ist, als ob die Natur selbst auf dieses monumentale Ereignis reagiert. Erinnern wir uns zum Beispiel daran, wie die Bibel von der Finsternis spricht, die die Erde bedeckt. Es ist faszinierend zu denken, dass die Mittagszeit so dunkel geworden ist, wie die Nacht, als ob die Sonne selbst in Trauer wäre. Und dann stellen sie sich vor, dass der Boden bebt und die Felsen genau im Augenblick des Todes Jesu zersplittern. Es ist, als ob die Erde auf etwas Außergewöhnliches reagiert. Diese Ereignisse sind wie die Art und Weise, wie die Natur die Bedeutung des Todes Jesu erkennt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man so dramatisch von der Reaktion der Natur hört. Diese Ereignisse markierten den Übergang vom Alten zum Neuen Bund und die Botschaft, dass durch das Opfer Jesu nun alle direkten Zugang zu Gott hatten. Dieser Augenblick und die damit einhergehenden Naturphänomene unterstreichen die Bedeutung des Todes Jesu. Dies ist nicht nur ein historisches Ereignis. Es war ein Wendepunkt, der das religiöse Denken und Verständnis veränderte. Diese außergewöhnlichen Ereignisse unterstreichen die Bedeutung dessen, was geschah. Der Tod Jesu war nicht einfach die Hinrichtung eines Mannes, sondern ein Moment, der den Lauf der Geschichte und des geistlichen Glaubens veränderte. Schauen wir uns nun die genauen Ereignisse an, die geschahen, als Jesus starb. Der zerrissene Tempelschleier. Was geschah, als Jesus starb? Die Bibel berichtet von einem außergewöhnlichen Ereignis, dem Zerreißen des Schleiers im Tempel. Dieser Moment ist bedeutungsvoll. Stellen Sie sich zunächst den Tempel in Jerusalem vor, das Herz des jüdischen Gottesdienstes. Im Inneren gab es einen besonderen Vorhang oder Schleier, der das Heilige vom Heiligen, wo man glaubte, dass die Gegenwart Gottes wohnte, vom Rest des Tempels trennte. Dieser Schleier war nicht einfach ein dünnes Tuch, sondern ein dickes und kunstvolles Material, das die Trennung zwischen Gott und den Menschen aufgrund der Sünde symbolisierte. Stellen Sie sich nun den Augenblick des Todes Jesu am Kreuz vor. Das war kein kleines Ereignis. Das Zerreißen des Schleiers von oben nach unten, nicht von unten nach oben, als wäre er von Menschen handgemacht worden, bedeutete göttliches Eingreifen. Aber was bedeutet dieser dramatische Akt in Bezug auf das Alte Testament? Verbindung mit dem Alten Testament. Das Zerreißen des Tempelschleiers im Augenblick des Todes Jesu ist tief in den Traditionen des Alten Testaments verwurzelt. Um seine volle Bedeutung zu verstehen, lassen Sie uns in die Erzählung eintauchen und die Punkte miteinander verbinden. Im Alten Testament war der Tempel in Jerusalem der Mittelpunkt des jüdischen religiösen Lebens. Der heiligste Teil des Tempels war das Allerheiligste, das durch einen Schleier getrennt war. Dieser Schleier war kein gewöhnlicher Vorhang. Es war ein dickes, verziertes Tuch, das als physische und symbolische Barriere zwischen Gott und den Menschen diente. Nur der Hohepriester durfte diesen heiligen Raum betreten. Und zwar nur einmal im Jahr am Versöhnungstag, um Opfer für die Sünden des Volkes darzubringen. Dritte Mose 16, 2, 34. Der Tod Jesu hat diese Barriere der Sünde niedergerissen. Sein Opfer reichte im Gegensatz zu wiederholten Tieropfern aus, um ein für allemal die Fehler aller zu sühnen. Der Akt des Zerreißens des Schleiers war, als ob Gott sagen würde, dieser Weg zu mir ist jetzt offen. Darüber hinaus steht das Zerreißen des Schleiers für die Zugänglichkeit Gottes für alle Menschen. Früher hatte nur der Hohepriester diesen jährlichen Zugang zur Gegenwart Gottes. Aber jetzt haben dank Jesus alle einen direkten Zugang zu Gott. Was bedeutet das Zerreißen des Schleiers? Warum bebte die Erde? Und warum wurde der Vorhang des Tempels entzweigerissen? Um dies zu verstehen, müssen wir uns den Kontext dieses Ereignisses ansehen. Der Vorhang des Tempels, ein riesiger Vorhang, trennte das Allerheiligste, den heiligsten Teil des Tempels, in dem Gott angeblich wohnte, vom Rest des Tempels. Nur der Hohepriester durfte diesen Raum einmal im Jahr betreten, um Opfer für die Sünden des Volkes darzubringen. Im Matthäusevangelium 27,50,51 finden wir eine genaue Beschreibung dieser Ereignisse. Und Jesus schrie wieder laut und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels war entzweigerissen, von oben bis unten, die Erde bebte und die Felsen spalteten. Dies deutet darauf hin, dass der Tod Jesu als vollkommenes Sühneopfer für die Sünden der Menschheit ein monumentales Ereignis war. Der Hebräerbrief stellt diese Verbindung explizit her. Die Tatsache, dass der Schleier von oben bis unten zerrissen wurde, deutet auf eine göttliche, nicht auf eine menschliche Handlung hin, als ob Gott selbst die Barriere niederreißen würde. Dieser Akt symbolisiert das Ende des alten Bundes und den Anbruch des neuen. Die Rituale und Opfer des alten Testaments waren nicht mehr notwendig. Das Opfer Jesu veränderte alles. Das Zerreißen des Schleiers signalisiert auch eine neue Ära der Gnade. Im alten Testament stand das Gesetz im Mittelpunkt. Sich an das Gesetz zu halten, war der Weg, um eine Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten. Aber jetzt, wo der Schleier zerrissen ist, geht es um die Gnade durch den Glauben an Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und es kommt nicht von dir. Es ist ein Geschenk Gottes. Nicht durch Werke, damit sich niemand rühme. Epheser 2, 8, 9 Einfach ausgedrückt, der Tod Jesu veränderte nicht nur die Art und Weise, wie wir uns Gott nähern, sondern leitete auch eine Beziehung ein, die auf Gnade und nicht auf Ritualen basierte. Das Zerreißen des Schleiers ist, als würde Gott eine Tür öffnen, die seit dem Sündenfall von Adam und Eva verschlossen war. Gott beseitigt die Barriere und lädt uns in eine persönliche und intime Beziehung zu ihm ein. Was bedeutet das für uns heute? Jesu Opfer schuf einen direkten Weg für die Menschen, sich selbst mit Gott zu verbinden, ohne jemanden zu brauchen, der diese Beziehung vermittelt. Darum, Brüder und Schwestern, habt ihr die Gewissheit, dass ihr durch das Blut Jesu in das Heiligtum eingehen werdet, durch den neuen und lebendigen Weg, den er uns durch den Vorhang, das heißt, durch sein Fleisch, geöffnet hat. Hebräer 10, 19, 20. Das bedeutet, dass die Barriere der Sünde, die uns von Gott trennte, beseitigt wurde. Durch Jesus können wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Wir brauchen keinen menschlichen Mittler mehr, wie eins der hohe Priester. Denn es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus den Menschen, 1. Timotheus 2, 5. Das Zerreißen des Schleiers war, als würde Gott eine Tür öffnen, die einst verschlossen war, und uns hereinbitten. Es ist ein kraftvolles Bild der Einladung der Versöhnung und des Neubeginns. Die alten Formen der Trennung und des begrenzten Zugangs sind verschwunden. An ihre Stelle tritt eine offene Einladung zu einer persönlichen und direkten Beziehung zu Gott. Das lädt uns zum Nachdenken ein. Leben wir in der Freiheit und im Zugang, die uns das Opfer Jesu ermöglicht hat? Oder leben wir so, als ob der Schleier noch da wäre, der uns von Gott trennt? Das ist eine Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. Die Auferstehung der Toten. Erdbeben und Felsbrocken waren nicht nur gewöhnliche Naturereignisse. Sie waren Anzeichen für ein großes Ereignis in der geistigen Welt. Die Gräber wurden geöffnet und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Sie sind nach der Auferstehung Jesu aus den Gräbern auferstanden und erschienen vielen in der heiligen Stadt. Matthäus 27,52 Dies ist ein faszinierender und etwas mysteriöser Teil dessen, was am Tag des Todes Jesu geschah. Was bedeutet, dass Jesu Tod nicht nur eine Tragödie war, sondern ein Sieg über den Tod selbst. Wer waren diese Menschen? Es handelte sich um Individuen, die gestorben waren. Einige wahrscheinlich vor langer Zeit aber plötzlich wieder zum Leben erwachten. Es ist wie eine Szene, in der alle Hoffnung verloren zu sein scheint und dann plötzlich eine wundersame Umkehrung eintritt. Nun, wer genau waren diese Leute? Es gibt keine Namen oder Geschichten dieser Personen. Sie werden einfach als heilige Menschen bezeichnet, was sich wahrscheinlich auf Gläubige Gläubige bezieht, vielleicht Propheten oder rechtschaffene Menschen der Vergangenheit. Aber warum ist das passiert? Hier wird es richtig interessant. Dieses Ereignis war wie eine Provokation, ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Jesus selbst sollte drei Tage später auferstehen. Es ist, als würden diese auferstandenen Menschen die Bühne für das Hauptereignis bereiten. Die Auferstehung Jesu. Betrachten Sie es als ein starkes Zeichen, dass der Tod nicht das Ende der Geschichte ist, nicht für Jesus und nicht für diejenigen, die an ihn glauben. Verbindung zum Alten Testament. Wie verhält sich die Auferstehung der Toten zur Zeit des Todes Jesu zum Alten Testament? Das Alte Testament ist voll von Hinweisen und Vorhersagen über Ereignisse, die im Neuen Testament beschrieben werden, wie das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu. Werfen wir einen Blick auf das große Ganze. Das Alte Testament ist voll von Prophezeiungen und Zeichen, die auf Jesus hinweisen. Es ist wie eine lange Geschichte mit Hinweisen, die auf dem Weg verstreut sind und zu einer großen Enthüllung führen. Die Auferstehung der Toten, als Jesus starb, kann als einer jener Augenblicke großer Offenbarung angesehen werden. Nun, über die Auferstehung der Toten bietet die Bibel keine direkte alttestamentliche Prophezeiung über dieses spezielle Ereignis, sondern spricht viel über die Auferstehung im Allgemeinen. Zum Beispiel gibt es im Buch Daniel einen sehr interessanten Vers, Daniel 12,2, der sagt, Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, die einen zum ewigen leben, die anderen zur Schmach, zum ewigen grauen. Dieser Vers ist wie ein Vorgeschmack auf die Idee, dass es eine Auferstehung geben wird, eine Erweckung vom Tod. In Jesaja 26,19 heißt es, Deine Toten werden lebendig gemacht werden, meine Leichen werden auferstehen. Erwacht und freut euch, ihr Staubbewohner. Denn dein Tau ist ein lebensspendender Tau und die Erde wird den Schatten wieder Licht geben. Auch hier ist es so, als ob das Alte Testament Hinweise darauf gibt, dass die Toten auferstehen werden. Diese Verse bereiten die Bühne für das, was geschah, als Jesus starb. Es ist, als ob das Alte Testament sagte, seid vorsichtig, denn die Auferstehung wird eine große Sache sein. Und wenn dann im Neuen Testament Jesus stirbt und diese Menschen auferstehen, ist das eine Bestätigung, ein starkes Zeichen, dass das, was im Alten Testament versprochen oder angedeutet wurde, wahr wird. Die Auferstehung der Toten und der Tod Jesu unterstreichen auch ein wichtiges Thema in der Bibel. Gottes Macht über Leben und Tod. Das Alte Testament spricht oft von Gott als dem Spender des Lebens und demjenigen, der über den Tod herrscht. In 5. Mose 32, 33, sagt Gott beispielsweise, seht nun, dass ich ich allein Gott bin und dass kein Gott in meiner Nähe ist. Ich verursache den Tod und ich gebe Leben. Ich verwunde und heile und niemand befreit aus meiner Hand. Wenn diese Menschen im Neuen Testament von den Toten auferstehen, ist das wie eine dramatische Demonstration dieser Macht. Jesus als Erstling der Toten, stellen Sie sich vor, wir setzen ein Puzzle aus einer Geschichte zusammen, die sich über zwei Teile erstreckt, das Alte und das Neue Testament. Im Neuen Testament, besonders in 1. Korinther 15, 20, heißt es, Jetzt aber ist Christus von den Toten auferstanden. Er ist der Erstling derer, die gestorben sind. Dieser Begriff Erstlingsfrüchte ist eine landwirtschaftliche Analogie und bezieht sich auf den ersten Teil einer Ernte, der Gott oft als Zeichen der Dankbarkeit und der Hoffnung auf mehr dargebracht wurde. Wenn Jesus als Erstling der Toten bezeichnet wird, bedeutet dies, dass er das erste Beispiel für das ist, was in Bezug auf die Auferstehung kommen wird. Es ist ein Beweis dafür, dass das Leben nach dem Tod real ist und kein einmaliges Ereignis. Es ist, als ob man, wenn man die erste Blume im Frühling blühen sieht, weiß, dass der Rest der Blumen auf dem Weg ist. Wenn Jesus also als Erstling der Toten beschrieben wird, ist das so, als würde man sagen, dass er das erste und beste Beispiel für das ist, was für alle, die an ihn glauben, kommen wird. So wie die Erstlingsfrüchte eine Verheißung auf weitere Ernten waren, wird die Auferstehung Jesu als Verheißung einer zukünftigen Auferstehung für die Gläubigen angesehen. Diese Verbindung ist sehr interessant, weil sie die Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament aufzeigt. Es ist nichts Zufälliges, es gibt eine tiefe und bedeutungsvolle Verbindung. Das Konzept der Erstlingsfrüchte im Alten Testament bildet die Grundlage für das Verständnis der Auferstehung Jesu im Neuen Testament. Es ist wie ein Faden, der die ganze Geschichte der Bibel zusammenhält und zeigt, dass wir, wenn wir von Jesus als dem Erstling der Toten sprechen, sagen, dass er das erste Beispiel für diese unglaubliche Verheißung eines Lebens nach dem Tod ist. Eine Verheißung, die seit der Zeit des Alten Testaments angedeutet und konstruiert wurde. Es ist eine Art zu verstehen, dass das, was Jesus widerfahren ist, nicht nur ein isoliertes Ereignis war. Es ist Teil eines viel größeren Plans, eines göttlichen Plans. Das leere Grab. Was ist passiert? Hast du schon einmal über die Geschichte hinter dem leeren Grab Jesu nachgedacht? Es ist wie ein echtes Mysterium, voller Spannung und Überraschungen. Stellen Sie sich vor, Jesus der Mann, der Wunder vollbracht und von Liebe und Vergebung gesprochen hat, ist gerade gekreuzigt worden. Seine Anhänger sind am Boden zerstört, verwirrt und verängstigt. Was machen sie jetzt? Alles beginnt mit einem Mann namens Josef von Arimathea. Die Bibel beschreibt ihn als wohlhabenden Mann und Mitglied des jüdischen Rates. Aber seltsamerweise war er auch ein heimlicher Jünger Jesu. Mutig, nicht wahr? Josef ging zu Pontius Pilatus, dem römischen Stadthalter, und bat um den Leichnam Jesu, Matthäus 27, Verse 57 und 58. Stellen Sie sich seinen Mut vor, das zu tun. Es war im Wesentlichen eine Offenbarung, dass er Jesus nachfolgte, was zu dieser Zeit wirklich riskant war. Pilatus stimmte zu und Josef erhielt den Leichnam. Begleitet wird er von Nikodemus, einem weiteren heimlichen Jünger, der etwa 34 Kilogramm Gewürze für die Beerdigung mitbringt und dabei großen Respekt vor Jesus zeigt, Johannes 19, Vers 39. Sie wickelten den Leichnam Jesu in ein sauberes Leichentuch, das nach jüdischer Bestattungssitte mit Gewürzen versetzt war, und legten ihn in ein neues Grab, das Josef aus dem Felsen gehauen hatte. Ein Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Erfüllung der Prophezeiung aus Jesaja 53, Vers 9, dass Jesus mit den Reichen begraben wird. Sie ahnten nicht, dass dies nur der Anfang von etwas Außergewöhnlichem war, Siegel des Grabes. Am nächsten Tag fürchteten die hohen Priester und Pharisäer, dass die Jünger Jesu seinen Leichnam stehlen und behaupten würden, er sei von den Toten auferstanden, in Übereinstimmung mit Jesu Prophezeiung seiner Auferstehung. Er ging zu Pilatus und erhielt die Erlaubnis, das Grab zu sichern und eine Wache aufzustellen, Matthäus 27, Verse 62, 66. Sie versiegelten das Grab und stellten dort Wachen auf, um sicherzustellen, dass die Geschichte Jesu dort enden würde. Frauen, die das Grab besuchen. Jetzt, am ersten Tag der Woche, bei Tagesanbruch, gehen Maria Magdalena und die andere Maria zum Grab, Matthäus 28, Vers 1. Stellen sie sich ihren Schock vor, als sie einen Engel auf dem gerollten Stein sitzen sahen, während die Wachen wie tot zu Boden gefallen waren. Er sagt, fürchte dich nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus sucht, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hatte. Kommt, seht den Ort, wo der Herr lag. Matthäus 28, Verse 5 und 6. Voller Furcht und großer Freude laufen die Frauen herbei, um es den Jüngern Jesu zu verkünden. Aber es gibt noch eine Überraschung. Jesus begegnet ihnen auf dem Weg, grüßt sie und sie beten ihn an. Jesus bittet sie, keine Angst zu haben und seinen Jüngern zu sagen, dass sie nach Galiläa gehen sollen, wo er sich ihnen anschließen wird. Matthäus 28, Verse 9 und 10. Die Bestechung der Hohenpriester. Währenddessen dringen einige der Wachen in die Stadt ein und berichten den Hohenpriestern alles, was geschehen ist. Die Hohenpriester in einer gewissen Panik, die Soldaten zu bestechen, damit sie sagen, dass die Jünger Jesu in der Nacht kamen und seinen Leichnam stahlen, während sie schliefen. Matthäus 28, 11, 15. Sie versuchen, die Wahrheit zu verbergen, aber irgendwie scheint die Wahrheit immer ans Licht zu kommen, nicht wahr? Lektion aus der Geschichte. Das leere Grab Jesu ist nicht nur ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Es ist ein Zeugnis für die Kraft der Auferstehung und die Verheißung des ewigen Lebens für alle, die an ihn glauben. The Empty Tomb ist nicht nur eine Geschichte über eine verschwundene Leiche. Es ist eine Geschichte von gehaltenen Versprechen, der Kraft des Glaubens und einem Wunder, das den Lauf der Geschichte veränderte. Das leere Grab symbolisiert Hoffnung, Erneuerung und den Triumph des Lebens über den Tod. Es ist eine Geschichte, die uns einlädt, uns zu fragen, woran wir glauben, was machen wir mit diesem Mann Jesus, der behauptete, der Sohn Gottes zu sein und dies auf die dramatischste Art und Weise bewiesen zu haben scheint. Das leere Grab Jesu ist mehr als ein Ende. Es ist ein Anfang. Es ist der Beginn eines neuen Verständnisses von Leben, Tod und dem, was darüber hinaus existiert. Sie stellt unsere Vorstellungen von dem, was möglich ist, in Frage und lädt uns ein, über das hinaus zu blicken, was wir sehen und berühren können. Also was denkst du? Ist die Geschichte vom leeren Grab nur eine uralte Legende oder ist es ein historischer Moment, der sich jeder Erklärung entzieht? Ist es eine Geschichte menschlicher Täuschung oder eine göttliche Offenbarung? Das leere Grab Jesu ist eine Geschichte, die die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert und nach wie vor eine Quelle der Bewunderung, der Debatten und des Glaubens ist. Es ist eine Geschichte, die uns einlädt, die Tiefen unseres eigenen Glaubens zu erforschen und die Möglichkeit einer Liebe und Kraft in Betracht zu ziehen, die über das Grab hinausgeht. Verbindung zum Alten Testament. Wie verhält sich das leere Grab Jesu zum Alten Testament? Das Alte Testament ist voll von Themen und Prophezeiungen, die direkt auf das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu hinweisen. Lassen Sie uns also einige dieser Verbindungen untersuchen. Das alttestamentliche Opfersystem ist voll von Opfern, vor allem zur Sühne der Sünden. Erinnern wir uns an das Passalam in Exodus 12, das geopfert wurde, um die Israeliten in Ägypten zu retten. Dieses Konzept eines Opferlammes wird als Omen für das letzte Opfer Jesu gesehen. Wenn Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und ein leeres Grab hinterlässt, bedeutet das, dass er das letzte Passalam ist, das nicht nur Israel, sondern der ganzen Menschheit das Heil bringt. Die Messias-Prophezeiung. Das Alte Testament ist wie eine Fundgrube messianischer Prophezeiungen. Zum Beispiel ist Jesaja 53 ein Kapitel, das reich an Beschreibungen ist, die auf Jesus hinweisen und von einem leidenden Knecht sprechen, der die Sünden vieler trägt. Und Jesus selbst verbindet die Geschichte von Jona mit seinem Tod und seiner Auferstehung in Matthäus 12, Vers 40, wo Jonas Zeit im Fisch als Symbol für Jesu Zeit im Grab gesehen wird. Isaaks Opfer wird als Parallele zu Gottes Opfergabe seines Sohnes Jesus gesehen. Und obwohl das Alte Testament nicht explizit von Auferstehung spricht, wie wir sie aus dem Neuen Testament verstehen, gibt es Zeiten, in denen die Auferstehung angedeutet wird, wie in Hesekiels Vision vom Tal der trockenen Knochen in Siphund 30. Symbolisiert die Wiedererlangung des Volkes Israel, was auch die Auferstehung symbolisieren könnte, die zum leeren Grab Jesu führt. Um das leere Grab zu verstehen, müssen wir diese tiefen und bedeutungsvollen Verbindungen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament anerkennen. Herr zeigt, wie die Geschichte Jesu nicht nur den Prophezeiungen des Alten Testaments folgt, sondern auch neue Hoffnung und ein Versprechen der Auferstehung für alle bietet, die an ihn glauben. Wie können wir all diese Zusammenhänge verstehen? Es ist, als hätte das Alte Testament einen Weg vorgezeichnet, der zur großen Offenbarung des leeren Grabes führt. Das Alte Testament bereitet Themen wie Opfer, Erlösung und Auferstehung vor, die alle in der Geschichte Jesu im Neuen Testament ihre Erfüllung finden, insbesondere in der Entdeckung seines leeren Grabes. Ist das leere Grab nur eine Geschichte aus dem Neuen Testament oder der Höhepunkt einer Erzählung, die auf den ersten Seiten des Alten Testaments begann? Für viele ist es offensichtlich, dass das Alte Testament zu diesem Ereignis geführt hat, auch wenn es nicht explizit erwähnt wurde. Das leere Grab ist nicht nur ein isoliertes Ereignis. Es ist eine Erinnerung an das unermessliche Opfer, das Jesus gebracht hat und an die unglaubliche Macht seines Todes und seiner Auferstehung. Durch sein Leiden und Sterben hat Jesus die Barrieren der Sünde und des Todes niedergerissen, die die Menschheit von Gott trennten. Der zerrissene Schleier, das Erdbeben, die Auferstehung der Heiligen und das leere Grab sind mächtige Symbole dieser neuen Wirklichkeit. Angesichts all dessen ist es wichtig, sich zu fragen, wie wirkt sich diese Geschichte auf mein Leben aus? Verstehe ich wirklich das Ausmaß dessen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, die Ereignisse unmittelbar nach dem Tod Jesu, sind mehr als historische Fakten. Sie sind Einladungen über unser eigenes Leben und unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Warum sind diese Ereignisse für uns heute wichtig? Jedes Ereignis geht über bloße historische Tatsachen hinaus. Sie tragen zeitlose Wahrheiten und Versprechen in sich. Der zerrissene Schleier sagt uns, dass wir uns Gott direkt nähern können, ohne Angst oder Zögern. Herdbeben und zerbrochene Felsen erinnern uns daran, dass der Tod und die Auferstehung Jesu Ereignisse waren, die die Welt erschütterten und uns dazu aufriefen, unsere alten Wege aufzugeben. Die auferstandenen Heiligen sprechen von der Hoffnung, die wir im Jenseits haben, von einem Trost in Zeiten des Verlustes und von der Motivation, unser Leben mit einer ewigen Perspektive zu leben. Die Aussage des Hauptmanns lädt uns ein, die göttliche Identität Jesu und ihre Auswirkungen auf unser Leben zu erkennen. Frauen als Zeugen fordern uns auf, den Wert jedes Einzelnen in Gottes Plan zu erkennen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Ereignisse die Grundlage unseres Glaubens an Christus bilden und Auswirkungen auf unseren geistlichen Weg haben. Sie sprechen von Zugang, Transformation, Hoffnung, Inklusion und Wert. Themen, die heute genauso relevant sind wie vor zwei Jahrtausenden. Jedes Ereignis lädt uns ein, darüber nachzudenken, darauf zu reagieren und unser Leben im Licht der unglaublichen Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung neu auszurichten. Es ist beeindruckend zu sehen, wie diese alten Ereignisse bis heute nachhallen und unser Leben beeinflussen. Das Nachdenken über die Geheimnisse und wunderbaren Ereignisse, die auf den Tod Jesu folgten, lädt uns ein, die Liebe Gottes zu uns zu schätzen, die sich in der Erlösungsgeschichte Jesu offenbart. Nein. Ja.